Zu guter Letzt wollen wir uns noch mit den Exponentialfunktionen befassen. Wie der Name schon verrät, spielt bei dieser Art von Funktionen der Exponent eine Rolle. Der Exponent ist im Ausdruck a hoch x die Hochzahl x. Bei exponentiellen Funktionen ist also die Variable x, von der die Funktion abhängt, eine Hochzahl. a wird in der Exponentialfunktion Basis genannt. So wäre im Ausdruck 4 hoch 7 die 7 der Exponent zur Basis 4. Exponentialfunktionen haben also die allgemeine Form x wird auf a hoch x abgebildet, wobei x eine Zahl aus r ist und a ebenso aus r aber mit der Einschränkung, dass a größer 0 und ungleich 1 ist. Exponentialfunktionen werden in den Naturwissenschaften sehr oft zur Beschreibung von Wachstums- oder Zerfallsprozessen verwendet. Auch die Lösung der bekannten Schachbrettaufgabe beruht auf der Exponentialfunktion, bei der auf jedes Feld die doppelte Anzahl an Reiskörner zu liegen ist als auf dem Feld davor. Die spezielle Exponentialfunktion, auch natürliche Exponentialfunktion genannt, hat aus Basis des Ausdrucks einen festgelegten Wert von 2,71828. Dieser Wert bzw. diese Zahl wird auch Euler'sche Zahl genannt, nach dem Schweizer Mathematiker Leonhard Euler, der wertvolle Beiträge zur Zahlentheorie und zu Zahlenreihen geliefert hat. Da die Euler'sche Zahl irrational ist, also unendlich viele Nachkommastellen hat, wird sie mit einem kleinen e dargestellt, ähnlich wie die Zahl Pi. Die dazugehörige Funktion heißt Exponentialfunktion von x. Man schreibt also E x b von x ist e hoch x und bezeichnet damit die Exponentialfunktion zur Basis e. Übrigens, jede Exponentialfunktion kann auch als natürliche Exponentialfunktion dargestellt werden. Um diese Umformung zu erreichen, wird der sogenannte natürliche Logarithmus verwendet, abgekürzt mit ln. Was dieser natürliche Logarithmus genau ist, erklären wir etwas später. Jedenfalls gilt, a hoch x ist gleich e hoch x mal ln von a, wobei für den ln von a meist eine Konstante namens Lambda verwendet wird. Nun aber wieder zurück zur natürlichen Exponentialfunktion. Ein einfaches Beispiel für diese Funktion wäre, wenn x gleich 2 ist. So haben wir Exp von 2 ist e hoch 2, was so viel entspricht wie e zum Quadrat, also e mal e mit dem Resultat 7,389 und so weiter. Allgemein gilt also, f von r nach r mit der Zuordnungsformel x wird auf exp von x zugeordnet, also f von x ist e hoch x. Für alle x aus r gilt weiters, f von x plus 1 ist e mal f von x. Denn würde man für f von x wiederum e hoch x einsetzen, würde dieser Zusammenhang schnell verständlich. So ist zum Beispiel f von 5 ja gleich e hoch 5, also e mal e mal e mal e mal e. Dies kann man aber auch so schreiben, f von 5 ist e hoch 4 mal e. Und e hoch 4 ist eigentlich nichts anderes als f von 4. Somit gilt, f von 5 ist e mal f von 4, also f von x plus 1 ist e mal f von x. Die Exponentialfunktion hat aber auch noch andere interessante Eigenschaften. Beispielsweise ist exp3 mal exp2 ergibt e hoch 3 mal e Quadrat, was wiederum e mal e mal e mal e gleich e hoch 5 ergibt. e hoch 5 kann man dann aber auch natürlich wieder auf die exp-Funktion zurückschreiben. Das heißt, e hoch 5 ergibt wieder exp von 5 oder exp von 3 plus 2. Es gibt aber auch noch die Eigenschaften von exp3 zum Quadrat. Das ergebe e hoch 3 zum Quadrat, was wiederum e hoch 6 ergibt, da die Hochzahlen multipliziert werden. Dies kann man wieder zurückschreiben auf exp von 6 oder exp von 3 mal 2. Diese Eigenschaften gelten aber auch für allgemeine x und y Element der reellen Zahlen. exp von x mal exp von y ist gleich exp von x plus y. Und exp von x hoch y ergibt exp von x mal y. Zu beachten ist außerdem exp von 0 ist gleich 1 und exp von minus x ist gleich 1 durch exp von x. Schauen wir uns nun ein Beispiel dazu an. Neben Wachstumsprozessen lassen sich mit Hilfe der Exponentialfunktion auch Schrumpfungsprozesse bzw. Abklingvorgänge beschreiben. So könnte man mit folgender Funktion auch die Temperatur eines Kuchens beschreiben, der mit 200 Grad aus dem Ofen geholt und anschließend zum Auskühlen auf den Balkon gestellt wird, weil es draußen gradrecht schön kalt ist. Es gilt, f bildet von r auf r ab, wobei x dem Ausdruck 200 exp in Klammer minus 4 mal x zugeordnet wird. Der Wert minus 4 beschreibt die Geschwindigkeit, mit der der Kuchen kühler wird. Minus deshalb, weil die Temperatur des Kuchens ja abnimmt. Wäre es draußen hingegen schön warm, so könnte dieser Wert zum Beispiel nur minus 1,5 betragen, denn wenn es wärmer wäre, kühlt der Kuchen ja langsamer aus. Zum Zeitpunkt, an dem der Kuchen aus dem Ofen kommt. Dem Startzeitpunkt der Messung, also x ist 0, hat der Kuchen 200 Grad. f von 0 ist 200 exp in Klammer minus 4 mal 0 ist 200. Nach einer Viertelstunde, also x ist ein Viertel, beträgt die Temperatur des Kuchens nur mehr 73,6 Grad. Nach zwei Stunden, also x ist 2, ist der Kuchen beinahe schon gefroren, da er nur mehr 0,067 Grad hat. Wir sehen am Graphen der Funktion, dass die Abkühlung zuerst recht schnell und dann immer langsamer vor sich geht. Dies ist ein typischer Verlauf einer exponentiellen Funktion. Allgemein lässt sich ein exponentieller Wachstums- oder Zerfallsprozess durch folgende Funktion beschreiben. f von x ist gleich c mal exp von plus minus a mal x, wobei c der Anfangswert ist und a die Geschwindigkeit des Prozesses angibt, plus für Wachstums- und minus für Zerfallsprozesse. Nicht nur Bakterienwachstum und Temperaturverläufe, auch Zinsrechnung und radioaktive Zerfallsprozesse können so beschrieben werden. Betrachten wir die natürliche Exponentialfunktion und ihren Graphen noch ein wenig genauer. Wie der Graph vermuten lässt und man auch mathematisch sauber zeigen kann, ist die Exponentialfunktion injektiv. Das heißt, jedes x hat seinen individuellen Funktionswert y, also i hoch x. Sie ist aber nicht zu injektiv, denn y ist stets im positiven Bereich. Also gilt exp von x größer 0 für alle x Elemente der reellen Zahlen. Die Exponentialfunktion trifft also die positiven Zahlen. Deshalb müssen wir den Funktionsbereich der Zielmenge auf r plus, also die positiven reellen Zahlen einschränken. Somit bildet die Exponentialfunktion exp also von r auf r plus ab und ist damit auch sujektiv. Wenn eine Funktion injektiv und sujektiv ist, ist sie ja auch bijektiv und von einer bijektiven Funktion kann man stets die Umkehrfunktion bilden. Diese Umkehrfunktion heißt natürlicher Logarithmus und wird mit dem ln als Funktion angeschrieben, wie wir schon ein wenig früher erwähnt haben. Nachdem ist die Umkehrfunktion die Exponentialfunktion ist, bildet also die Funktion ln r plus auf r ab. Die Zuordnungsvorschrift lautet x wird ln von x zugeordnet. Der dazugehörige Graph des natürlichen Logarithmus sieht so aus. Außerdem lassen sich aus den Rechenregeln für die Exponentialfunktion Rechenregeln für den Logarithmus herleiten. Es gilt also exp von ln x ist gleich x für alle x aus r plus und ln von exp von x ist gleich x für alle x aus r. Aus den Eigenschaften der Exponentialfunktion und der Umkehrfunktion heraus gilt weiters exp von ln x plus ln y ist gleich exp von ln x mal exp von ln x mal y ist gleich exp von ln x mal y. Und für ln x mal y gilt somit wiederum ln von x mal y ist gleich ln x plus ln y. Ganz ähnlich zeigt man, dass ln von x hoch a gleich a mal ln von x ist. Und ln von 1 durch x ist gleich minus von ln x. Und ln von 1 ergibt 0. Da der ln die Umkehrfunktion von exp ist. Das bedeutet in diesem Fall exp von 0 ist gleich 1. Zur Umformung einer normalen Exponentialfunktion in eine natürliche Exponentialfunktion mit Hilfe des natürlichen Logarithmus noch dieses Beispiel. Gegeben sei eine Bakterienpopulation von 100 Individuen, die sich aber nach jeweils einer Stunde verdoppelt haben. Zum Zeitpunkt 0, also dem Beginn der Messung, haben wir also f von 0 gleich 100. Nach einer Stunde sollen es doppelt so viele sein, also f von 1 gleich 200. Und nach zwei Stunden sind es wieder doppelt so viele, also f von 2 gleich 400. Nach 3 sind es 800 und so weiter. Wir kennen die Zahlenreihe 1, 2, 4, 8, die hier nichts anderes ist als die Exponentialfunktion zur Basis 2. Also 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8 und so weiter. Die Funktion lautet also fx ist gleich 100 mal 2 hoch x. Dies ist aber noch keine natürliche Exponentialfunktion zur Basis e, also der Euler'schen Zahl. Wir können sie aber als solche anschreiben, indem wir 2 hoch x durch die natürliche Exponentialfunktion samt ihrer Umkehrfunktion anschreiben. Also f von x ist gleich 100 mal exp von ln 2 hoch x und weiter f von x ist gleich 100 mal exp von ln 2 mal x und somit f von x ist gleich 100 mal exp von 0,693 mal x bzw. 100 mal e hoch in Klammer 0,693 mal x. Wir haben also gesehen, dass man mithilfe des natürlichen Logarithmus grundsätzlich jede Exponentialfunktion auch als natürliche Exponentialfunktion zur Basis e darstellen kann. Zu guter Letzt wollen wir uns noch kurz mit dem Wachstum der Exponentialfunktion beschäftigen. Das Bild suggeriert bereits, dass sie zu Beginn sehr langsam wächst und dann immer schneller. Ist das wirklich so? Hierzu betrachten wir folgendes Beispiel. Nehmen wir an, unsere Radlerin hätte ihr neues Rad noch nicht gleich kaufen können, sondern Geld ansparen müssen, damit sie es sich später kaufen kann. Sie hat bereits 500 Euro Erspartes, weitere 600 fehlen ihr noch. Ihre Eltern versprechen ihr, monatlich 50 Euro dazu zu legen, womit sie nach einem Jahr das Geld beisammen hätte. Sie geht also zur Bank und lässt sich beraten. Ihr Finanzberater schlägt ihr zwei verschiedene Optionen vor. Erstens, sie lässt sich von ihren Eltern ein Jahr lang 50 Euro pro Monat geben, bis sie genug Geld beisammen hat. Oder zweitens, sie legt ihre bisherigen Ersparnisse, 500 Euro, auf der Bank in einem Sparbuch mit 8% Zinsen monatlich an. Anschließend wartet sie zwölf Monate und hebt dann ihr Geld inklusive Zinsen und Zinseszinsen ab. Welche Strategie ist die bessere? Muss sie überhaupt zwölf Monate warten, bis sie das Geld beisammen hat? Im ersten Fall handelt es sich um ein lineares Wachstum. Hier lässt sich die Gesamtsumme leicht mittels einer linearen Gleichung berechnen. Zwölf mal 50 ist 600 Euro. Zweitens, ein Zinssatz von 8% bedeutet, dass sich das Geld auf dem Konto jedes Jahr um den Faktor 1,08 vermehrt. Die Funktion beschreibt, wie viel Geld nach zwölf Monaten, also 1 Jahren, auf dem Konto liegt. F von X ist 500 mal 1,08 hoch X ist 500 mal E hoch LN von 1,08 mal X ist 500 mal E hoch X mal LN von 1,08. F von 12 ist 1260 Euro. Fazit, in diesem Fall ist das Sparbuch die bessere Variante. Ab einer gewissen Dauer macht es mehr Sinn, das Geld über Zinsen herein zu bekommen. 8% Zinsen im Monat wären auch zu schön. Aber das ist wieder mal eine andere Geschichte. 8% Zinsen im Monat wären auch zufrieden, das Geld über Zinsen im Monat wären auch zufrieden.